Ich fahre jetzt gerade hier durch die City. Der DHL ist jetzt weg und ich kann weiterfahren. Ich möchte euch nur den Zustand zeigen, den reellen Zustand, dass man es einschätzen kann. Viele von euch kennen ja hier die Stadtteile. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich selbst ein Bild macht. Ich hoffe, dass ich durch das A-Tor durchkomme. Ich meine, das ist das A-Tor, ja, die Fahne kommt mir bekannt vor. Das ist immer so ein Höhenproblem mit dem Bagger. Dann können wir direkt mal kontrollieren, wie es vor dem A-Tor aussieht, ob es da wirklich so sauber ist, wie der ADD das behauptet hat. Ja, ich glaube, das ist ein anderes Tor. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Ich muss mal abschalten. Ich muss mal abklären, wo ich hier langfahren kann. Das ist ja das Schöne. Die Leute denken alle mit, helfen sich untereinander. Das ist auch ein bisschen besser. Das ist gut. Ich kann das mit der Öknau-Fressante angehen. Ich kann euch nicht mehr in die Öknau-Fressante aufpassen. Ich steig mal ab bis nachher.